Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Oh! Ich muss mein Kaffee nicht jetzt. Das sieht wie Ra... äh... Eggman aus. Irgendwie. Hey! Geil! So, wenn er könnte was alles wissen. Er wusste, dass mir INFINIT DESTERM DAS 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 DESTERM DAS DAS DESTERM Und Wattel ist trotzdem nicht schlau genug, um zu checken was passiert, wenn er alle diese Mächte wieder vereint. Die gute alte Eiermanten. Toll! Ich liebe diese langen Ladegeschwindig... äh... Ladezeiten... Cryptic Castle. Also ein Schloss. Ich liebe Schlösser. Hab ich das schon mal erwähnt? Wenn ich dann zeig ich es jetzt. Wow! Boah, der fliegt. Oh, ich dachte so krass, das sind mit großen Wetterlieben. I can break through a door like this, no problem. So, mach jetzt selber Knallen. Nein, also da komm ich mal drin. Bam! Hi! Amy, was geht mit? Was geht mit? Oh, Shadow, I'm so right in here. He wanted to be feared with the castle, but you have to put back legs. You can get there with me to look over her. Nein, fragst doch nicht. Nein, just, just know. Was sind, die habe ich hier? Ich bin der Cream. Ich bin der Autophanes von Burg. Like the fires on the giant lantern. Zünde alle riesen Laternen an. Okay, Aggie, wir machen das, was du willst. Das ist meine Priest. Oh, wenn ich ein Schloss hätte, dann würde ich es auch so ähnlich gestalten, ey. Aber runter gehen wir mit Vollspiel. Ja! Ja! Das einmal hier schönes... Nichts! Alter, die Fässer sind ja auch so aber riesig. Ich vergleiche mal die mal mit die vom Rest in Teele. Ja, wow. Oh, hi. Was willst du? Das meinte ich, die Helfer, äh, die, ähm, kämpfen für dich, aber nur solange du halt sozusagen den Muscheln nicht nimmst. Aber schau mal, das ja mal. Oh, yes. Ja, was zum... Oh, ach so. Netter Kürbis. Erinnert mich an den Europapark am Halloween. Ja, ich fliege rum und ich weiß nicht, wohin ich gehe. Nein! Oh, no! Na ja, du, komm her, du blöder Ballon, ey. Du betrügerischer Lügen da. Na, was zum... Erste, der... Nö, noch dir. Hier wollte ich nicht sterben. Ich wollte bald meine Post sterben. Naja, aber... Sepp sich erst so bald ich mein Geld draufgegangen bin. Also, viel Spaß dabei. Was zum... Was hat sich Eggman da wieder... Ah! Einfallen lassen. Wow. Der hat sich in die Luft gesprungen. Super. So sollten alle... Oh. Warte. Das erinnert mich zu sehr an den Europapark. Das habt ihr euch doch vom Europapark geklaut. Geht zu, Sega. Ihr wart im Europapark. Aber... Die Anzahl übrigens da unten ist, wie oft ich diese Wackel nutzen kann. Und jedes Mal, wenn ich eine Wackel zu mir nehme, kann ich die Wackel länger nutzen. Das ergibt irgendwie die logische Herausforderung, wo ich ganz in der Reihe. Hey, egg me! Egg me! Hey, Shadow. The black creatures have infiltrated my castle. I'd like you to go and like those giant lanterns. They're part of my special defenses. Okay. Okay. Ah! Wir haben uns gewinnen. Wir haben uns gewinnen. Oh, nein. Nichts. Ich bin nicht mehr gewinnen. Schließt eure Betten ab. Wir werden es nicht mehr gewinnen. Eggman, die erste und nächste. Ohne mich bin ich ja das nicht gebacken, oder? Oder? Nee, nee. Passo. Passo. Bring der hin. Mach. Ich bin nicht so die Schau. Eine Laterne weniger. Eure Schüsse respawnen direkt vor ihm. Yep. Eure Schüsse respawnen. Eure Schüsse respawnen. Eure Schüsse respawnen. Eure Schüsse respawnen. Ohne die Affen. Okay? Aber diese... Das hier sind meine Lieblingswaffen hier! BAM! Wir tun die Nutzung! Diese hier! Diese! Was zum? Ähm... Ja, diese hier! Die sind geil! BAM! Sogar Eggman kämpft mit... Oh! Gertig! Oh! Ähm... Hatschein, man! Ich hab das meine Facken, Eggie! Chirma! ACH! WUH! Kaffur! 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 Der Einschloss kriegt mir jetzt sicher noch ziemlich zuerst dran! Egal! Nett! Kaffur! Kaffur! Oder was? Willst du dann selber kommen? Ich weiß schon, dass ich keine Angst vor dir habe! Und weder Sonic noch sonst jemand! Kaffur! 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 Die Verteilung! Kaffur! Ja, ja, ja! Kein Problem. Ich glaube, ich habe irgendwas... Ich habe schon mal hier... Aha. Ich sollte hier eigentlich... Aha, da ist das Ding aufgestockt, glaube ich. Das ist auch schon mal nicht da, oder? Bitte, sag mir, dass das nicht da war. Ja. Nur noch drei. Yay. Na, okay. Schlaues Feuer ist einfach so cool, ey. Äh. Die schießen deine Kisten kaputt. Wow. An diese Dinge erinnere ich mich jetzt früher. Jetzt wirst du... Jetzt spielen, jetzt anziehen, leid gemacht. Kapiert? Los geht's. Ah, Hilfe. Wir können die Steuern. Ah. Ah, what the... Ah, ah, ah. Ah. Boah, sieht so, wie teuer es auch sein muss, solche Trommel-Frau. Ähm, nicht wirklich, aber ich bin cool. Ich frage mich immer, woher nehmen die Böse nicht immer so viel Geld? Das löst doch nicht mal, wenn sie das klauen, das ist doch... Das ist trotzdem eine Menge, das müssen aber Milliarden unterteuertes sein. Hi. In seiner Zeit, zu seiner Zeit war er der damalige John Cena. Leider ist er etwas aus Übung. Wow, bist du gerade aus der Wand aufgegriffen, ey? Was stimmt denn, ey? Du musst mir runter. Hey, los geht's. Hey, das ist das hier. Ah ja, hier war ein Schüttel mal. Sollte mehr Dank, dass ich das noch gespielt habe. Weg! Wolltest du da zulande? Oh, perfekt. Backe! Jooooool! Wo geht's? O-erwennst du geht? Der Drei-an-Lanter ist hinter dir! Pff! Sorte Nummer 3! Pff! 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 Ja, ein bisschen, ja ein bisschen überhalt! Hääääh! Häääh! Alter, ich bin was gestorben gegen dir. Außerdem, wieso wartet eigentlich Eggman das? Shadow mir hilft gar nicht, nicht gerade. Denn, ich meine, Shadow ist schon mal auf ihn reingefallen, bei Sonic Adventure, ich weiß nicht wie es mit Sonic Heroes da ist, da ist die Rückkehr von Shadow. Nein! Einen Ernst, Mensch, ich bin ja erinnert. Ich bin ja da ruhig, ich wollte lieber so sagen, also... Warte, das war jetzt nicht geplant, oder nicht? Das hier hängt ja los! Nachdem Eggman weiß, dass Shadow... ...eingeht. Ich hab zwei Schlüssel! Ich hab zwei Schlüssel! Ich hab zwei Schlüssel! Geil! Ich hab zwei Schlüssel! Okay, und jetzt? Ja! Ich hab zwei Schlüssel! Nein, ich sehe, das geht... Ah, ups! ... Komm! Komm! Heißt, er weiß, was er böse ist... ...und wieso erwartet er sich auf... ...ah! ... Was ist er? dann geht es wieder dann geht es wieder ok was habe ich mir jetzt den Schintern aufgerissen bis bald 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 Man, er schreckt mich doch nicht zu! Ähm, alle! Alle! Alle sind gegen mich! Das sind alles Bastalle! In den Luft, Chaos-Blast! Einfach weil ich's klar! Ah! So und jetzt kann ich am Anfang durchgehen! Hä? Äh! Kann man sich nur hören? Ja, ja! Ach, genau ist das hier! Oh, eins zu Ende hat noch mal was! Dann, ok! Ah! Ich bin Spiderman! 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 Mann, wie kommt das? Mein Gott, das sind wir, Chaos! Kannst du mir auch sagen, wo die ist, die letzte Laterne? Ah, Mist! Ich klitsche hier rum! Kameraperspektive? Hm, sag mir was! Kamera! Kamera! Das ist vielleicht der O-Wand! Hm, ich kenne es! Stay away from the bombs that my robot is tossing! And whatever you do, don't try anything funny! Haha, das du, du kriegst mich, ne? Letter Versuch, diesmal freu ich dich auf ein. Kein Problem, bitte schön. Was haben wir denn hier Schönes, ne? Nicht, ne? What the? Ohoho, looks like it gave up the chase. Nein, warte. Das ist, der ist mir alles egal. Rapp, ich möchte zurück. Ich will wissen, was jetzt hier abgeht. Hallo? Shadow, spin dash on top of the alien friend's line. Warte, von hier aus habe ich eine gute Perspektive, glaube ich. Sag mir, wo die letzte Laterne-Segment ist. Sag's nie, sag's nie. Sag's mir, komm schon, dann helfe ich dir auch mal an. Ach, nur so ein Schau, glaube ich. Ach, langweilig. Ich hab ja meine Zeit vergeudet. Ach, ich bin raus hier. Äh, falsche Richtung. So, wo war ich noch nicht? Wo war ich noch nicht? Ja, das weiß ich auch, Mann. Na, das ist schon geil. Die ganze Zeit so, diese blöden Ternen, die Dings da und... Was zum... Ne, oder? Das ist mir zu blöd, ne? Ich bin ein richtiger Cliphänger. Ich bin ein richtiger Cliphänger. Ich muss doch nicht mal das oder... Das ist mir ein Blitz. Ich bin ein Geist, der hier einen Brink, Brinkster Gangster spielt. Hey, was geht, ey? Was geht? Ich bin da sowas von lustig. Schau mal, wie ich schütt da drauf bin. Ja, ja. Perfekt. Ja, hab ich. Das war's dann aber. Über ne Stunde bin ich da rumgeirrt und hätte nicht auf die Idee gekommen, mich mal rumzukriegen. Was geht? Es geht mir. Was geht denn? Es geht mir. Es geht mir. Es geht mir. Ja, what the fuck? What the fuck, you man? BTS? Ich hab genug mit diesem blöden Spiel hier. Ihr blöden Bastard stört, ey. Ihr alle. Bye. Gut so. Wo ist die letzte Lache ane? Ich hab gesagt, ich hab schon über eine Stunde gespielt und es ist auch so. Nur ich hab mehrmals... Nur ich hab mehrmals halt das Spiel wieder neu gestartet. Ja, gar nicht mehr nicht. Ich hab den wiedere Es war ein paar Meter in der Wege mit den Wege. Woah, ey, ey, funny face! B, 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 B. Es hat nicht mehr wie Du. Was wird das jetzt? Nein, was zum... Ah, no! So, du kleine Städte, wer ist die da mal stirft? Du, gerüst. Das ist das, was ich schnell war. Naja, so gut bin ich jetzt da in diesem Ding hier, jetzt nicht. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel kommt hier, Papa. Yes! Drei Schlüssel. Die letzte Laterne, das ist das Scheißding, das ich über ne Stunde gesucht habe. Nein! Uh! 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 Du bist mir ein Weg. Aus dem Weg. Do you have any fire? Ja, bitteschön. Nicely done, Shadow! Danke! Ui! Heule an die Werke. Ja, ich muss meine Katze noch betrunken. Ja, stimmt. Upsi. Lol. Leel. Hmm. Upsi. Ja. 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 Was machst du hier, Shadow? Man hat ja gesehen, wie gut das immer klappt mit Sonic Zerstörer. Let me show you the power of my latest, greatest creation. Sagst du so leicht in mich? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hier sind die Bosse anfangs nicht so schwer. Okay, genau. Okay. Ich sollte euch mal zeigen, was ich kann. Okay, okay. Okay, okay. Shadow. Ich brauche dafür. Nur einfach raus. Super! So kommt der Rigo. Ah! Tja! Ich wollte nur den Knall aufmachen. Gut nach, ja. Ja. Ja, ja. Warum ist da nicht hier, Amy? Hey! Das fällt mir jetzt gerade auf. Perfekt. Perfekt. Falt haben wir's. Ah! No! Dammit! Okay. Hast du geschafft! Wenn die Leiste voll ist, würdet ihr es sehen. Ah! Nein! Ringe! Perfekt. Oh! Oh! Wo spawnen die die Katastrophen, die hier steht? Was?! Dumme Geister, ey! Ah! Bring! 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 Was geschafft? Noch einer, glaube ich! Oder zwei! Yes! Ohnecklen Symbolik! Ohnecklen Symbolik! Ohnecklen Symbolik! Was?! Du verliebte Katastrophen! Sonst geht's noch, ne? Ja, gut! Schön! Dann ist das jetzt mal! Bei ist! Ja, mit dem Chaos nicht mehr! Sorry, Doktor! Aber das Chaos hat alles gemacht! Hey! Genau, Doktor! Ich habe nicht geholfen! Ich habe nicht einmal geschlagen! D! Meister D! Also, wir sehen uns beim nächsten Mal! Ciao, und Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017